Herzlich willkommen, Benedikt von der Redefabrik hier. Ich begrüße euch hier zum letzten Video in 2017 zu einer kleinen Jahreszusammenfassung, was dieses Jahr so bei der Redefabrik passiert ist, was ich in diesem Jahr so gelernt habe, was ihr vielleicht auch für euren Alltag damit rausziehen könnt und insgesamt, was es auch in 2018 noch so von der Redefabrik zu sehen gibt. Also ich wünsche euch jetzt hier zum letzten Mal in 2017 viel Spaß und kommunikativen Erfolg. Herzlich willkommen, Benedikt von der Redefabrik hier. Im heutigen Video sind wir mal in einer ganz, ganz anderen Atmosphäre, das letzte Video 2017 und wie gesagt, wir möchten in diesem Video mal einen Blick darauf werfen, was dieses Jahr so passiert ist, vor allem bei der Redefabrik, auch was ihr vielleicht für euren Alltag daraus mitnehmen könnt und auch was es nächstes Jahr so geben wird. Denn ich finde es immer sehr schön, am Ende des Jahres nochmal so einen Blick zurückzuwerfen, nochmal eine kleine Selbstreflexion zu machen, was gut war, was vielleicht nicht so gut war, woraus man gelernt hat und wie man das natürlich dann auch fürs nächste Jahr anwenden kann. Ihr seht schon, wir sind in einer ganz, ganz anderen Atmosphäre. Wir sind draußen in der Natur statt vom normalen Bücherregal und das finde ich immer nochmal eine ganz schöne Möglichkeit, gerade wenn man sich so in den normalen Routinen gefangen hat, dass man einfach mal rausgeht und da nochmal die Gedanken schweifen lassen kann. Ich habe mir allerdings die Gedanken tatsächlich zu Hause gemacht und mal ein bisschen aufgeschrieben, was chronologisch so dieses Jahr passiert ist. Und auch wenn wir in einer anderen Atmosphäre sind, gibt es trotzdem, das habe ich mir jetzt nicht nehmen lassen, eine Buchempfehlung und zwar das Motivationsmanifest von Brandon Butchert. Ein sehr, sehr gutes Buch und Paul Cohelio fässt es sehr gut mit seinem Zitat oder mit seiner Meinung zu diesem Buch zusammen. Ein poetischer und kraftvoller Aufruf zur persönlichen Freiheit. Ich liebe dieses Buch. Also genau so würde ich es auch beschreiben. Es ist jetzt kein 15-Schritte-Plan, wie man das und das in dieser Zeit hinbekommt, sondern es ist einfach ein kraftvoller Aufruf, sein eigenes Potenzial zu nutzen. Und das möchte ich euch auch für das Vergangene 2017 und natürlich auch jetzt für das kommende 2018 wünschen. Wir werden jetzt einfach mal einen chronologischen Blick darauf werfen, was so dieses Jahr passiert ist. Ich werde so die ein oder anderen Gedankengänge, die jetzt auch außerhalb von dem, was passiert ist, auch noch so äußern, also quasi was man daraus lernen kann, was ich daraus gelernt habe und wie ihr es vielleicht auch für euch nutzen könnt. Und insgesamt muss ich sagen, es ist sehr viel dieses Jahr passiert und ich werde mir jetzt natürlich nur ein paar Sachen raussuchen, die so besonders waren. Angefangen hat das Jahr, wie bei den meisten Leuten, am 1. Januar, allerdings mit dem ersten Video dann am 3. Januar bei mir. An Silvester hatte ich quasi die 500 Abonnenten geknackt und das erste Video waren dann die 6 Säulen der Manipulation. Eines der bekanntesten Videos auf meinem Kanal und am Anfang des Jahres ging es so relativ normal weiter vor sich hin. Es war ein sehr, sehr starkes Wachstum, gerade dafür, dass ich ja 500 Abonnenten am Anfang dieses Jahres hatte. Da war es wirklich ein sehr, sehr starkes Wachstum, bis es dann Ende März, also wir machen gleich mal einen guten Schritt, dann am 18. und am 20. die ersten beiden Videoanalysen zu realen Persönlichkeiten und zu wirklichen Events gab. Da war einmal am 18. die Analyse von Merkel bei Trump, das war im Weißen Haus, diese Körpersprachenanalyse, die erste auf dem Kanal und dann am 20. also gleich zwei Tage danach die nächste Analyse und zwar zu Kollegah, der einen Fan auf der Bühne geschlagen hat. Das waren für mich Videos, die mir Spaß gemacht haben, die aber auch mal was ganz anderes waren. Ich persönlich habe durch diese Videos natürlich einen sehr, sehr großen Mehrwert gezogen und viele Leute kamen auf den Kanal, die den Kanal vorher noch nicht kannten und ich muss sagen, dass das nochmal so den Schalter umgelegt hat. Es ist in gewisser Weise ein Alleinstellungsmerkmal, das ich hier habe mit diesen Videoanalysen, so Tipps-Videos, gibt es schon einige auf YouTube, aber wirklich so Analysen, das war quasi so das erste, was ich gemacht habe. Da gibt es natürlich jetzt auch andere, die es machen, ist ja auch völlig okay so und das war so das, was so den kompletten Schalter nochmal umgelegt hat. Seit da ging es wirklich sehr, sehr stark mit dem Wachstum los und was ich besonders interessant finde, ist, dass ich diese Idee eigentlich schon sehr lange im Kopf hatte, doch dann die Umsetzung eigentlich den Erfolg gebracht hat. Das heißt, was ich immer ganz wichtig finde oder was ich euch auch mitgeben kann, überlegt mal, welche Gedanken habt ihr, bei denen ihr wisst, das könnte gut funktionieren. Worüber denkt ihr schon länger nach? Wo ihr vielleicht denkt, ah, da muss ich noch was vorbereiten oder da bin ich mir nicht sicher, ob es funktioniert. Ich kann euch nur sagen, probiert es einfach aus. Es kann was sehr, sehr Gutes werden, wie jetzt beispielsweise exemplarisch bei den beiden Videos. Insgesamt kann man auch sagen, dass es ein Alleinstellungsmerkmal zu finden, immer eine wichtige Sache für Erfolg ist. Sei es jetzt, dass du bei einem Bewerbungsgespräch darauf achtest, dass du ein Alleinstellungsmerkmal hast, dass du in einem Punkt besser bist als die anderen. Dass du einen YouTube-Kanal, ein Unternehmen, ein Produkt, irgendwas machst und da herausstellst und den anderen Leuten auch zeigst, was das Besondere und das besonders Gute und das Alleinstellungsmerkmal bei deiner Sache ist. Das sind so die Sachen, die ich quasi durch diese Videos auch gesehen habe. Aber trotzdem auch, dass Leidenschaft eine ganz, ganz wichtige Sache ist. Zwei Videos kurz hintereinander zu produzieren, dazu muss man sich auch, also jetzt gerade insgesamt jetzt dafür nochmal speziell, muss man sich auch zu motivieren. Und meines Erachtens kann man natürlich sich auch zu vielen anderen Dingen motivieren. Ich persönlich mache heute Dinge, die mache ich einfach, weil ich mich dazu quasi zwinge oder diszipliniert dazu bin. Denn die machen mir jetzt nicht sonderlich viel Spaß, aber trotzdem mache ich sie einfach, weil sie gemacht werden müssen. Aber diese intrinsische Motivation zu haben, dieses innere Feuer zu haben, diese Leidenschaft zu haben, das ist halt ganz wichtig, um insgesamt diesen Prozess viel schneller voranzutreiben. Ich habe dieses Jahr über 100 Bücher gelesen und ich würde über kein anderes Thema 100 Bücher oder natürlich mehr als 100 Bücher lesen, ganz einfach, weil mir die intrinsische Motivation dazu fehlt. Natürlich kann man auch mal ein Buch oder sich quasi zwingen, ein Buch zu lesen oder mal die und diese und jene Aktivität, sich dazu zwingen, diese zu machen. Aber wirklich durch die intrinsische Motivation, durch die Leidenschaft, schaffst du es viel mehr zu machen, als alle anderen in dem Bereich. Das werden viele andere nicht hinbekommen, weil sie eben nicht diese intrinsische Motivation haben. Deswegen kann ich dir nur raten, insgesamt was mit deiner intrinsischen Motivation, was mit deiner Leidenschaft zu machen. Oft trauen wir uns das oft nicht, weil es ist halt etwas, was außerhalb der gesellschaftlichen Normen ist. Aber wenn du dich dazu durchringst und diese Leidenschaft dann auch weiter verfolgst, dann kann da was sehr, sehr Großes daraus entstehen. Wenn wir dann mal weiterschauen, im April waren dann, also wir waren jetzt im März, jetzt kommt der April und da gab es dann auch schon die 10.000 Abonnenten. Das war quasi so die, in Anführungszeichen, Folge dieser beiden großen Analysen. Und das war was, da habe ich gemerkt, wow, ich bin sehr froh, dass so viele Leute sich für ein solches Thema interessieren. Und quasi der Stein des Anstoßes wurde durch diese beiden Analyseteile umgelegt. Währenddessen, und das finde ich auch nochmal eine wichtige Sache ist, dass ich trotzdem Videos konstant produziert habe. Ich habe dieses Jahr über 100 Videos produziert, mehrere Videokurse produziert und alle drei Tage quasi ein Video produziert. Und auch in dieser Zeit, in der es bergauf ging, auch in dieser Zeit habe ich viele Videos produziert, die jetzt nicht sonderlich oder nicht so erfolgreich wurden wie diese anderen Videos. Jetzt ist natürlich wichtig zu sehen, dass hier Nikolas Taleb, quasi ein Philosoph aus der Neuzeit, begreift das Konzept von Karl Popper mit dem schwarzen Schwan auf in seinem Buch, der schwarze Schwan. Ein sehr gutes Buch insgesamt, ich kann es euch sehr empfehlen. Und er sagt, oder er bezieht dieses Konzept des schwarzen Schwans so darauf, dass man quasi sagen kann, im Endeffekt, jetzt rückblickend können wir die ganzen Sachen erklären. Wir können sagen, okay, ganz klar, die Analyse, die ist natürlich durch die Decke gegangen, weil es ein Alleinstellungsmerkmal ist, weil es was Besonderes ist, weil es auf das aktuelle Geschehen Bezug nimmt und insgesamt auch, sage ich mal, eine neue Seite an einer schon bekannten Szene zeigt. Das kann ich jetzt im Nachhinein sagen und mir den Erfolg erklären, aber im Vorhinein hätte ich das nie so sehen oder nie so erwarten können. Deswegen ist es wichtig und deswegen mache ich auch viele verschiedene Videos. Ich probiere mal was aus, was funktioniert, was funktioniert nicht so gut. Und das finde ich auch, oder sollte auch für euch eine wichtige Sache sein, einfach mal auszuprobieren, verschiedene Sachen zu machen. Denn vielleicht ist dieser schwarze Schwan, sage ich mal, vielleicht ist dieses eine Video, das eine, das durch die Decke geht oder für euch in eurem Alltag, vielleicht ist der eine Verein das, was es wirklich viel weiterbringt oder vielleicht ist die eine Mail, die ihr schreibt, sehr erfolgreich. Aber ihr müsst sehen, ich habe die ganze Zeit Videos konstant produziert, das heißt, ich hatte die ganze Zeit Disziplin, auch weiterzumachen und deswegen ist es wichtig zu sehen, dass nicht nur eine einzige Sache den Erfolg ausmacht, sondern dass man die ganze Zeit was macht. Deswegen rate ich euch auch nur für euren Alltag, verschiedene Sachen zu machen und auch wenn 90% nicht klappen, wenn dann die 10% richtig gut klappen, dann seid ihr im Endeffekt auch sehr erfolgreich, sehr glücklich, sehr zufrieden. Das ist so nochmal eine wichtige Sache. Wie gesagt, diese Videos, die haben so viele Klicks gebracht wie fast keine anderen Videos, aber trotzdem haben die anderen Videos natürlich auch zum Erfolg beigetragen. Deswegen ist es falsch, jetzt nur eine Sache von diesen ganzen Sachen in diesen Monaten zu sehen, auch wenn ich jetzt im Jahresrückblick natürlich nur die wichtigsten beachte. April war das, dann Mai kamen auch schon die beiden Sprachtricks-Videos, sowohl die manipulativen Sprachtricks, kennt wahrscheinlich viele Leute von euch und genauso wie die Sprachtricks für mehr Selbstbewusstsein, dann beide, also das eine schon weit über, also mit dreiviertel Millionen Klicks und das andere, also heute könnte es die 500, also die halbe Million Klicks erreichen. Warum erzähle ich euch das? Ganz einfach, weil das auch etwas war, was ich nie und nimmer gedacht hätte, dass gerade die Videos so durch die Decke gehen. Man soll nicht nur auf die Zahlen schauen, aber am Ende des Jahres schaut man natürlich, was hat gut funktioniert. Und auch wieder als Metapher oder als Übertragung für euren Alltag, überlegt mal, welche Sachen habt ihr vielleicht bisher außer Acht gelassen und wie könnt ihr das für euch nutzen, dieses neue Wissen, was ihr bisher außer Acht gelassen habt, um irgendein Problem, irgendeine Herausforderung in eurem Leben zu meistern. Der Begründer der lösungsorientierten Beratung hat auch gesagt, also Steve de Schelser hat auch gesagt, dass wir viele Sachen, also dass wir wenige Sachen sehr oft machen, aber nicht viele Sachen ausprobieren. Wir müssen aber viele Sachen ausprobieren und wenn wir viele Sachen ausprobieren, ist irgendwann die richtige Lösung dabei. Also auch für Herausforderungen in eurem Alltag vielleicht eine ganz wichtige Sache. Sehr interessant hat auch, dass dieses Video mit den Sprachtricks vom Orkan auch das erste Video war, das dann in die Trends gekommen ist. Das war natürlich auch noch mein Highlight für mich auf dem Kanal und ja, etwas, worüber ich sehr dankbar bin und einfach wirklich die Nachricht an die Leute rauszubringen und Leuten da in gewisser Weise weiterzuhalten. Insgesamt hat sich dieses Jahr auch so entwickelt, dass ich Geld dadurch verdiene, dass ich diesen Kanal mache. Heißt, ich bin selbstständiger Kommunikationstrainer. Diesen Kanal betreibe ich selbstständig. Heißt, ich verdiene Geld damit und das ist auch eine Sache, die ich euch nur raten oder euch auch nur wünschen kann, dass ihr mit dem, was ihr gerne macht, in dem, was ihr auch gut seid, dass ihr damit Geld verdient. Es gibt viele Sachen, die eigentlich gebraucht werden. Nur weil wir oft zu bequem sind, diese zu machen, unserer Leidenschaft zu folgen, machen wir sie nicht und wählen den normalen Weg. Weswegen ich euch wirklich nur raten kann, auch mal versuchen, euch in die Richtung weiterzuentwickeln, ich mache das hier übrigens alles in einem Take, euch auch weiterzuentwickeln in die Richtung, in die es euch vom Herzen zieht und wenn ihr es damit schafft, dann euch auch selbstständig machen zu können, kann ich es euch nur raten, weil es ist wirklich eine tolle Sache. Ich helfe jetzt sehr vielen Leuten. Ich kriege dadurch meinen Lebensunterhalt bezahlt und ich helfe Leuten mit einer Sache, die ich gut kann und bei der die Leute auch zufrieden oder sehr glücklich darüber sind, wenn sie ihnen beigebracht wird, weil sowas gibt es bisher in der Schule nicht, sowas wird generell nicht beigebracht, aber es ist sehr, sehr wichtig und auch quasi da nochmal so das Bewusstsein, so ein bisschen hier auf YouTube Deutschland zumindest oder insgesamt in Deutschland, aber vielleicht jetzt erstmal auf YouTube Deutschland so ein bisschen wach zu rütteln. Das finde ich eine Sache, auf die bin ich sehr stolz, dass es so gut funktioniert hat. Mal abgesehen davon, dass ich natürlich jetzt selbstständig damit bin und mein Geld damit verdiene und mich darüber freue. Hier auf dem Kanal gibt es immer noch die letzten Monate und auch das nächste Jahr kostenlose Inhalte und wirklich gute kostenlose Inhalte. Ich möchte euch hier was geben, was wirklich Hand und Fuß hat, was sehr gut ist und nur für die Leute, die dann noch tiefer gehen wollen, die können dann auch gerne was bezahlen, weil viele Leute sagen, sie möchten einfach noch tiefer in die Materie einsteigen und da möchte ich auch gerne, wie gesagt, als Selbstständiger die Möglichkeit zu geben, aber das ist nochmal so ein weiterer Aspekt. Insgesamt auch jetzt folgend auf diese, sage ich mal, großen Hype-Sachen, sowohl die Analysen als auch diese Sprachtricks-Videos, gab es immer so ein Auf und Ab, sage ich mal. Und nachdem es natürlich so ein riesiges Auf gab, worüber man sich freut, wenn man in die Trends kommt und so weiter, gab es dann auch ein Ab. Dieses Ab war natürlich jetzt nicht fatal. Wenn ich jetzt anschaue in der Zeit, als die Videos nicht mehr so viel, also als nicht so viel Neues passiert ist auf dem Kanal, ich aber immer noch Videos gemacht habe, dann ist es wichtig, diszipliniert dran zu bleiben. Ich habe, sage ich mal, immer noch vielleicht mehr Klicks gemacht als ein kleiner Kanal, aber trotzdem ist es in gewisser Weise, natürlich muss man sich dazu selbst bringen, weiterzumachen, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die gerade in den sehr harten Zeiten wichtig ist. Also ich habe trotzdem weitergemacht, mein Kanal ist nie schlecht gelaufen, das möchte ich auch gar nicht sagen, ich möchte mich hier auch gar nicht beschweren, nur im Vergleich zu anderen Zeiten ist er manchmal eben nicht so gut gelaufen, aber trotzdem immer dran zu bleiben und trotzdem weiterzumachen und trotzdem quasi Schüsse zu schießen und zu schauen, wann quasi mal wieder was trifft, das ist ja so eine generelle Einstellung, die man haben sollte, wenn man etwas Großes verfolgt. Wenn man irgendeine Sache macht und die funktioniert die ganze Zeit nicht, dann sollte man sie vielleicht lassen, ohne zu viel Energie in etwas zu investieren. Aber wenn man etwas macht und quasi wie bei der Goldsuche nach den einzelnen Stückchen sucht, dann ist es wichtig, nicht nur ein kleines Stück zu suchen, wo was drin ist, dann schaue ich mir nochmal so ein kleines Stück an von Erde und da ist da nichts drin, dann höre ich auf, sondern da muss ich ein großes Feld suchen. Sehr schön, wenn ich Glück habe und schnell was finde, aber wenn ich eben nicht so schnell finde, muss man einfach dranbleiben. Ganz, 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 ganz wichtiges Konzept, das ich, wie gesagt, über die ganze Zeit versucht habe, möglichst gut zu verfolgen. Insgesamt, oder insgesamt, das habe ich jetzt schon wiederholt, kommen wir nun zur Wahl. Die Wahl dieses Jahr, die Bundestagswahl, wie gesagt, ich gehe ja eigentlich nicht auf inhaltliche Themen ein, aber die Wahl war dann nochmal so etwas Besonderes, sowohl für mich auf dem Kanal, da habe ich natürlich ein paar Analysen zu gemacht, allerdings auch, um zu sehen, wie groß einfach diese Wirkung der Kommunikation ist. Wer waren denn die großen Gewinner dieses Jahres? Also parteilich gesehen, auch wenn sie natürlich jetzt nicht die größten Parteien gewonnen sind, aber wer hat denn bei der Wahl am meisten gewonnen? AfD, Grüne und die FDP. Alle drei Parteien waren stark positioniert und hatten eine klare Kommunikation. Es war eine völlig andere Kommunikation und ein völlig anderer Inhalt, aber sie haben trotzdem klar kommuniziert, was sie ausdrücken. Heißt, also, wenn ihr nicht an eurer Kommunikation schon arbeiten würdet, dann sollte spätestens das für euch nochmal eine Sache sein, bei der ihr wirklich seht, wie viel Macht die Kommunikation haben kann. Ja, Christian Lindner, ich habe ihn hier auf dem Kanal schon des Öfteren behandelt, manche sagen, ich bin ein Lindner-Fanboy. Aber wenn man sich mal anschaut, mit dem quasi gleichen Parteiprogramm einmal unter die 5%-Hürde zu kommen und einmal über 10% zu bekommen, mit fast dem gleichen Inhalt, nur einer klaren Rhetorik, mit einer guten Rhetorik, mit einer klaren Positionierung, da gehört natürlich auch insgesamt dieses Marketing-Technische, wie man die Plakate gesehen hat und so weiter, einfach das zu machen oder auch die AfD, ein ganz, ganz großer Anstieg durch klare Themenfokussierung, durch Aufbringen immer der gleichen Themen. Und diese dann auch stark emotional rüberzubringen. Oder die Grünen, die sich auch klar positioniert haben. Also wirklich finde ich nochmal die Wahl als quasi politisches Event auch nochmal wichtig, wie stark die Kommunikation wirkt. In Amerika ist es sowieso so, wenn man sich Obama ansieht, wenn man sich sogar Trump ansieht, der eine ganz andere Art der Kommunikation hat, aber trotzdem eine klar zuschauerorientierte Art hat, dann sieht man einfach, wie wichtig die Kommunikation jetzt nicht nur in unserem kleinen Leben, sondern auch auf der großen Bühne ist. Heißt, deswegen bildet euch in der Kommunikation weiter, aber das muss ich euch, glaube ich, gar nicht so groß erzählen. Nach der Wahl gab es dann am 24.09., das war so ziemlich zur Wahl selbst dann, also den Wahlkampf habe ich analysiert, aber zur Wahl selbst dann, am 24.09. gab es die 100.000 Abonnenten. Das ist einfach eine Zahl, die riesig ist. Wir haben jetzt schon ein Drittel mehr wieder und diese Zahl ist so riesig, gerade auch für dieses Themengebiet, das, sage ich mal auf YouTube, ich nicht so schnell wachsend vermutet hätte. Also ich habe in einem Jahr über 100.000 Abonnenten gemacht und mich freut es einfach, so viele Leute damit erreicht zu haben. 100.000, ja wie gesagt, dann am 24.09. einfach, und was könnt ihr für euch daraus mitnehmen? Ihr könnt euch natürlich für mich mit mir freuen, ich habe auch in dem Video schon einiges dazu gesagt, wie dankbar ich bin, was alles so passiert ist bis dahin und ihr könnt für euch daraus mitnehmen, dass ihr große Träume haben sollt und dürft. Es gab, ich glaube, letztes Jahr, zu Weihnachten meine ich war es, eine Werbekampagne von einem Lebensmittel-Discounter, ich weiß jetzt nicht genau, was das ist, welcher von den Großen es war. Und er hat quasi gesagt, oder quasi so dargestellt, dass Kinder ja noch große Träume haben und die vergessen wir oder an die denken wir nicht mehr in unserer Erwachsenenzeit oder generell, wenn wir durch die Gesellschaft mehr beeinflusst werden. Heißt wirklich, träumt groß, habt große Träume, große Visionen. Denn je größer die Träume sind, desto stärker werdet ihr davon angezogen. Und wenn ihr das dann auch verknüpft mit eurer Leidenschaft, dann könnt ihr wirklich riesiges bewegen in kürzester Zeit und besser sein als die anderen, die nur so halbgare Visionen haben. Es gibt von Grant Cardone, einem Businessman aus Amerika, sag ich mal, ein Buch, das heißt The 10x Rule, also die 10x-Regel. Und er sagt quasi, oder generell kann man das so beziehen, einfach 10x so große Ziele zu setzen, vielleicht jetzt auch für nächstes Jahr, um einfach mehr dadurch motiviert zu werden. Und wenn ihr das 10x so große Ziel nur zu 60% erreicht, dann erreicht ihr immer noch 6x mehr als das 1x Ziel. Zudem man auch sagen muss, dass wir, wenn wir uns ein Ziel von 1 stecken, oft auch nur 0,6 erreichen. Heißt, wir haben dann im Endeffekt auch das 10-fache Ergebnis. Also sehr interessant, sich vielleicht auch mal diese Macht der großen Ziele wahr zu werden. Und einfach wirklich auch, wenn man diese großen Ziele hat und diese Leidenschaft hat, dann auch zu machen und wirklich mit kompletten Fokus reinzugehen. Und, also was ich zumindest gemacht habe hier auf dem Kanal, keine Tricks, sonst hätte das auch nicht geklappt. Also 100.000 Abonnenten kriegst du nicht mit irgendwelchen Clickbaits oder, sag ich mal, unterhaltsame Beispiele ausgenommen. Wirklich langfristigen Erfolg kriegst du, wenn du den Leuten was gibst, einen Mehrwert gibst, den Leuten hilfst in irgendeiner Weise. Natürlich kann man das nicht immer machen, wie ich jetzt hier auf meinem Kanal mit so einem klaren, sag ich mal, Hilfsthema, Ratgeberthema. Aber generell, wenn ihr den anderen Leuten irgendwas geben könnt, dann macht das auf jeden Fall. Eines meiner Lieblingszitate von Dale Carnegie, ihr kennt ihn wahrscheinlich auch schon, wenn ihr den Kanal länger besucht oder hier länger zuschaut, ist, The essence of all art is to have pleasure in giving pleasure. Die Essenz jeder Kunst ist es, Freude daran zu haben, Freude zu geben. Starkes Zitat, finde ich zumindest. Und da kann man sehr viel für seinen Alltag mit rausziehen. Nicht andere zu manipulieren, nicht andere zu hintergehen, nicht den schnellen Erfolg zu wollen, sondern anderen nachhaltig zu helfen, anderen nachhaltig zu geben. Übrigens völlig egal, ob es jetzt um eine Freundschaft geht, ob es um eine Partnerschaft geht, ob es um ein Business geht, ob es um euren Beruf geht, dass ihr viel in eurem Beruf gebt, das ist quasi eine Lebensregel. Ihr könnt an Karma glauben oder an Gott glauben oder an das Reziprozitätsgesetz aus der wissenschaftlichen Psychologie glauben, völlig egal, in gewisser Weise kriegt ihr das zurück, was ihr geht. Wichtige Erkenntnis für mich dieses Jahr, aber eigentlich für immer wichtig. Wenn wir jetzt so dieses ganze Jahr rückblickend betrachten, dann habe ich einfach unglaublich viele Möglichkeiten eröffnet bekommen. Und sei es jetzt bei Valulis zu sein, den ich schon lange davor kannte, sei es jetzt bei Rocket Beans TV zu sein, also quasi eingeladen zu werden nach Hamburg für ein Interview, für eine Abendsendung, sei es jetzt auf anderen Kanälen Videos machen zu dürfen, Leute kennenlernen zu dürfen und auch im nächsten Jahr wird es einiges noch geben, ich werde gleich darauf kommen. Da gibt es einfach so zwei Begriffe, die das Jahr meines Erachtens für mich zumindest sehr gut zusammenfassen. Und das sind die Begriffe Stolz und Dankbarkeit. Ich bin stolz auf mich selbst, dass ich in diesem Jahr so viel gemacht habe, dass ich einen so klaren Fokus, so klare Ziele hatte und diese auch erreicht, wenn ich sogar mehrfach überboten habe, da wirklich hart an mir selbst, an meinen Zielen, an meinem Kanal, an meinem Business quasi gearbeitet habe und da sehr viel Energie reingesteckt habe und diese Disziplin hatte auch dran zu bleiben. Da bin ich stolz auf mich selbst. Gleichzeitig bin ich auch dankbar für alle Leute, die mich auf dem Weg begleitet haben. Ich habe das, ich habe auch konkrete Namen schon genannt bei dem 100.000er Special, aber insgesamt jetzt alle, die mir geholfen haben, also mit denen ich Kooperationen gemacht habe, die bei mir auf dem Kanal waren, bei denen ich auf dem Kanal sein durfte. Leute, die mir gut zugesprochen haben, sei es jetzt im privaten Bereich, sei es jetzt hier auf YouTube, Leute, die Kommentare geschrieben haben, das ist wirklich toll, wie mein Wissen ihnen im Leben geholfen hat. Leute, die einfach nur meine Videos geschaut haben, Leute, die sich in meine Kurse eingetragen haben, Leute, die ein Coaching bei mir gemacht haben, Leute, die einfach nur zuschauen und ein Like gegeben haben, Leute, die einfach dabei waren und jeder einzelne Klick, jeder von euch hat im Endeffekt dazu beigetragen, dass mein Jahr so toll war. Also wirklich ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ich bin stolz auf mich und dankbar für euch, dass fast dieses Jahr meines Erachtens, für mich zumindest, ist nochmal sehr, sehr gut zusammen für die ganzen Möglichkeiten, die ich in diesem Jahr und auch sogar für nächstes Jahr schon bekommen habe. Wenn wir nun auf das nächste Jahr blicken wollen, gibt es vor allem eine große Sache, die jetzt auch schon relativ bald ansteht. Da muss ich auch noch selbst viel dran arbeiten. Da habe ich tolle Sachen vorbereitet. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon drauf freuen. Aber wenn wir so auf das nächste Jahr blicken, dann ist vor allem jetzt erstmal ein Begriff für die nächste Zeit auf jeden Fall mal ganz, ganz groß da und zwar der Redefabrik Campus. Der Redefabrik Campus, ich habe es schon in einem anderen Video mal angekündigt, wird eine Online-Community, eine Online-Plattform, eine Online-Schule für deinen kommunikativen Erfolg werden. Es ist so, viele Leute schauen sich die Videos hier auf dem Kanal an, aber viele Leute setzen es da nicht um oder sie wollen es umsetzen, aber haben nicht die Gemeinschaft, sich zu unterstützen. Oft ist es auch so, wir wissen nicht, an wem wir uns wenden sollen, wenn wir mal ein kommunikatives Thema haben, sei es jetzt im privaten Bereich, im beruflichen Bereich, völlig egal. Wir wissen nicht, wo wir uns dahin wenden sollen, weil wir eben nicht das Umfeld haben. Es ist kein großes Gesprächsthema. Es interessiert zwar viele, aber es ist kein großes Gesprächsthema, die Kommunikation. Und das möchte ich einfach so ein bisschen etablieren. Ich möchte mit dem Redefabrik Campus eine Online-Schule aufbauen, die erstens eine Gemeinschaft bietet, eine Gruppe bietet, einen Austausch bietet, bei dem ich mitdiskutiere, aber ihr auch untereinander euch helft. Heißt wirklich, wie eine Schulklasse, wie eine Arbeitsgruppe, wie eine AG, wie in einem Fitnesscenter, wo man sich auch gegenseitig hilft, insgesamt, wie man einfach miteinander an der Kommunikation arbeiten kann. Das ist so ein großes Ziel, das ich realisieren möchte, weil es so diese Institution, das meines Erachtens auch noch nicht gibt. Dann zweitens, auch viel, viel tiefes Wissen. Hier auf dem Kanal gibt es schon viel, in meinen Kursen gibt es schon viel und zusätzlich möchte ich dann auf dem Redefabrik Campus noch mal viel weiteres tiefes Wissen geben. Und dann drittens, auch noch Tagesaufgaben, dass ihr es in euren Alltag umsetzen könnt. Diese drei Säulen, auf denen wird der Redefabrik Campus fundiert sein und ich freue mich schon sehr darauf. Ich habe schon einige Sachen geplant, einige sehr spannende Sachen gemacht und ihr könnt auf jeden Fall sehr gespannt sein. Der Redefabrik Campus, ich weiß, viele Leute von euch geben 20, 40, 80 Euro für ein Fitnesscenter oder sowas aus und ich möchte jetzt nicht, dass, also die Bücher in meinem Regal, wenn ihr euch eins von den Büchern anschaut, das kostet so durchschnittlich, sage ich mal 20 Euro. Wenn jetzt aber 20 Euro, also wenn jetzt jemand von euch jeden Monat 20 Euro für den Redefabrik Campus beispielsweise zahlen würde, dann möchte ich, dass er mehr Wert kriegt als dieses eine Buch, dass er wirklich eine Gemeinschaft bekommt, aber noch vom Wissen auch her viel, viel mehr tiefes Wissen bekommt und das soll einfach so die Möglichkeit für euch sein, quasi für den monatlichen Beitrag euch da einzutragen. Also wie gesagt, ist noch ein bisschen hin, aber ihr könnt schon sehr gespannt sein. Ich bin auch schon sehr, 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 sehr hyped drauf. Ich freue mich auch schon darauf, das mit euch zu machen und das ist so eines der großen Ziele für mich im Jahr 2018, den Redefabrik Campus zu starten und da auch schon viel in der Kommunikation von möglichst vielen Menschen zu bewegen. Auch so als Alternative zu Patreon. Viele Leute wollten oder oft wurde vorgeschlagen, ich soll doch mal einen Patreon-Account machen, dass man mich unterstützen kann finanziell einfach so, aber ich will das lieber in einem Campus machen, wo es dann auch für einen monatlichen Beitrag aber wirklich viel Mehrwert gibt und eine gegenseitige Unterstützung. So viel quasi zum aktuellen Stand des Campuses. Ansonsten wird es nächstes Jahr auch noch eine Rede bei einem großen Event geben. Wenn ich da mehr weiß, werde ich euch natürlich sofort hier auf dem Kanal als erstes davon berichten. Ich musste gerade einen kleinen Schnitt machen, nicht weil ich mich versprochen habe, ich wollte das hier wirklich alles in einem Take machen und da so ein bisschen drüber philosophieren, aber tatsächlich, weil meine Kamera kurz aufgehört hat, aufzunehmen. Wir sind jetzt aber auch schon bald am Ende des Jahres angekommen und schauen jetzt auch noch mal mit einer ganz, ganz wichtigen Sache meines Erachtens auf das neue Jahr. Und zwar dieses Jahr, wenn ich mir heute die Videos von heute anschaue im Vergleich zu den älteren Videos, dann muss ich sagen, dass mir, also dass ich mich nicht für die alten Videos schäme, aber dass die alten Videos von der Qualität nicht so gut waren wie die Videos heute. Und darauf bin ich wie gesagt auch stolz, aber das ist einfach eine graduelle oder Schritt für Schrittweise Verbesserung des eigenen Inhalts, der eigenen Qualität. Eine konstante, kontinuierliche Weiterentwicklung, eine Entwicklung, eine Verbesserung von Tag zu Tag, von Video zu Video. Und das kann ich euch auch nur für das wünschen, was ihr macht, für eure Profession, für eure Leidenschaft, für euren Beruf, für euer Privatleben, aber vor allem auch für eure Persönlichkeit, für eure persönliche Entwicklung. Wenn ihr es schafft, im nächsten Jahr, von Monat zu Monat, von Woche zu Woche, von Tag zu Tag zu wachsen, an euch zu arbeiten, an euren Zielen zu arbeiten, an eurer Leidenschaft zu arbeiten und insgesamt was macht, was euch jeden Tag, Stück für Schritt, Stück für Stück, Schritt für Schritt, wie gesagt, das bleibt alles drin, wenn ihr das schafft, das einfach so zu kultivieren, dass ihr ein tagtägliches, wöchentliches, monatliches Weiterentwickeln, Weiterlernen, Weiterwachsen bekommt, dann wird das nächste Jahr 2018 das beste Jahr, das ihr haben werdet. 2017 war das schönste Jahr bisher in meinem Leben und ich weiß, dass 2018 auch das nächste schönste Jahr in meinem Leben wird, ganz einfach, weil ich wachse und wachse, an mir selbst arbeite und anderen bei der Entwicklung weiterhelfe. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe und wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr das Jahr gut nutzen könntet, dass ihr Sachen, die vielleicht nicht so gut waren, trotzdem für euer Lernen nutzen konntet, dass ihr im Jahr 2018 Ziele setzt, diese Ziele erreicht und wirklich durchstartet und mit kompletter Energie ins Jahr geht. Das wünsche ich euch und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ihr an euch selbst arbeitet, dass ihr das dann auch schaffen werdet. Ich bedanke mich ein letztes Mal bei euch fürs Zusehen, für den Support, die Unterstützung in diesem Jahr und ein letztes Mal in diesem Jahr auch noch viel kommunikativen Erfolg. Tschüss.